Ich heiße Karl Sahne. Von einer kriminellen Organisation wurde mir ein geheimnisvolles Gift eingeflößt, das mich geschrumpft hat. So wurde ich zu. El Quakio, eine Mastvieh. Trotzdem habe ich den scharfen Verstand eines Karls behalten. Wenn es um die Aufklärung von Kriminalfällen geht, mache ich jedem nachher was vor. Müssen wir wieder mitzählen, Chad? Wie lange ich nicht im Poster wurde. Letztes Mal wurde ich safe nicht einmal. Oh, wir müssen wieder mitzählen. Oh, wir müssen wieder mitzählen. Oder wurde ich letztes Mal? Ich glaube nicht, Digga. Das heißt, wir müssen jetzt schon locker irgendwo bei zwölf Runden oder so sein. So, machen wir den hier. Ehe das mehr hat. Okay. Oh nein. Fall ist auf, Fall ist auf, Fall ist. Okay. Oh, du bist verloren. Oh, du bist verloren. Oh nein. Okay, wo? Äh, Admin. Wart ihr die ganze Zeit zusammen? Äh, du und Edis? Äh, ne. Du bist vor O2. Bis vor O2. Okay. Wo kam, Edis, wo kommst du her? Ich bin von Cafeteria runter, Navigation von Navigation runter auf Storage. Na, wo warst du? Vor Cafeteria? Ich bin Cafeteria gespawnt. Ja, okay. Das passt so. Das kann ich beschädigen. Älterst kam später. Wo kamst du, Danny? Ich war unten bei der Baltas. Ich hab den Baltas gemacht und dachte mir, ich mach mal ein Spicy Play, weil ich vorher Mo oben rechts gesehen habe. Ähm, lauf da, lauf da, lauf dann hoch. Ihr kommt mir entgegen. Türen sind zu. Wir warten da. Und dann ist gleich der Baltas geworden. Ich glaub, dass der, dass der Killer in, äh, Vend ist noch. Weil das so typisch, wenn man da... Ne, der ist safe nicht im Vend, weil ich hatte grad die Vend-Aufgabe und da war noch nichts. In welchem Wend soll er denn sein? Cafeteria, äh, Admin, mein ich. Für der Hamed, da kann man wohl in anderen Wend. Admin so. Da hinten und dann auch mal rausrennen ist krass risky. Ich glaub nicht, dass man das macht. Ich kann nur viel Sane reden und mich. Sane und ich raus. Mo, wen savest du? Ich könnte eh das rausnehmen eigentlich. Ich will nichts hassen. Ich will nichts hassen. Ne? Äh, aber ich will nur fragen, weil Danny, du bist hochgelaufen und dann bist du mit uns runtergelaufen. Was wollt, du wolltest da eigentlich hochgehen? Ja, aber ich wollte, ich wollte gucken, ob deine Leiche ist, aber wenn ihr mir entgegenkommt, kann hier oben keine Leiche sein, weißt du? Adidas, hast du gehört? Yes. Okay, okay, okay. Außer, macht ein Double Clip was, halt. Ja, schon mal, also. Oh, bitte nicht mehr. Bruder, bitte nicht. Er kann. Ich hab dir ja jetzt mal Profs gegeben. Eben noch, egal, ganz frisch Profs gegeben. Er kann, bitte nicht. Er kann, ich brauch dich. Oh, er kann, er kann. Okay, komm mal, Edis. So, ich darf halt nicht sterben, ne? Ich muss mir halt einen Freund suchen und hoffen, dass das kein Wirt ist. Edis. Genau, Edis, genau. Mo kommt von links. Elders Willi zusammen. Okay, entspannte Task. Äh, es kocht. Elders Willi Mo zusammen. Ich hab sie. Ich hab sie. Okay, dann rede ich mal. Feuer ab, Feuer ab, Feuer ab. Also, nee, ich hab niemanden, deswegen sag ich, du sollst reden. Ich hab nur die Leiche gefordert. Nein, rede mal Löwe, Willi, rede mal Löwe. Also, zu 100% sind es nicht. Elders, Mo und Danny, ihr seid links bei mir gewesen. Mo ist gerade von links von mir, wo von Security. Das habe ich auch gesehen. Und dann gab es zwei, die ich nicht gesehen habe. Wo ist die Leiche? Storage. Elektrike. Ja, ich hab den Event, der so gesehen von Security aus. Ja, und Matt und Matt und Matt wurde gerade zugemacht. Die Türen. Es sind Mert oder Edis oder beide. Hammert, hast du mich gerade gesehen? Storage? Ja, ich bin erst an Matze vorbeigegangen. An dieser Ventilation. Aber du stehst da ganz schön lange. Ich weiß halt nicht. Ich stehe nicht lange, da ist mir gerade von oben runtergelaufen. Also, einer, oder ihr ist safe. Oder man muss mich noch in den Camps gesehen haben? 100%. Darf ich was sagen? Ich weiß nicht, Mert hat doch eben so ein bisschen angefasst. Na, Danny? Wenn ich noch 100% sicher ist, warum geht Edis denn sofort mit auf den Call? Nee, nee, nee. Jedes meinte, nee. Oder war das für anders? Jedes meinte, ich bin es nicht. ist die erste runde nicht war aber ich verstehe das nicht willi wenn du in den camps bist du musst die haben voratmen ich weiß ich weiß nur ganz genau was du gemacht hast du warst ins deutsch und hast dich an die task gestellt wo man die seile zieht da habe ich auch gerne mit ihr und von da aus bin ich deutsch runter gehabt den müll rausgeschmissen zähler damit aber sehe ich nicht dass du bezeugt das aber beschuldigt mich sagt ich habe nicht nicht bezeugt ich habe ja du stand seit lange ich weiß nicht lange haben alles gut alles gut passt ein problem willi und elters auf dem rechts müsste man das rechts macht sein das fett viel aber nichts passiert wenn ich infos wenig infos downloadtas gehen wird willi macht guten willi bewegt sich gut willi macht ein scheiß ordentlich das würde ich auf jeden fall unterschreiben naja willi safe jetzt dadurch kann man ziemlich unangenehm noch kein anhaltspunkt ist gar nicht so geil blaues fett viel mehr läuft hoch blaues fett viel mehr fett viel mehr hat auf dem hoch jedes passieren die kills ich glaube nicht diga ich habe willis leiche umfallen sehen ja im wend gelaufen hat aber gemerkt dass ich ihn erwischt habe er hat einfach losgelassen er sich mal reingesprungen wer ist das genau er ist ein ausländer das stimmt nicht stimmt nicht okay er ist selber ein ausländer hat mich vor meinen augen umgebracht das will ich kommen mit dich wert oder edis fertig mo war das mo das ist so ne politik von dir das ist geisteskrank ich hab gut gelungen okay perfekt bruder ich war sowieso sass einfach ihm vor meinen augen ficken weil ich kann nichts machen ich habe keine kraft mich aufzuregen da hat das gut gemacht digger gg ich mich los wird euch ficken du bist nicht wie macht er auf die politik zu machen ist das geil ist das feier ich habe er lässt aber nicht los er lässt nicht los oh mein gott wer war das denn war das edis wenn so leute beleidigen im chat dann band das mal sagt jemand beleidigt ja 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 ich sag euch weil ihr meine bruder seit aber eure mod nein nein bruder sagt nichts gegen meine mods die hat keiner beleidigt das kann nicht sein oder nicht deine mods haben beleidigt aber wenn irgendwann auch keine menschen oder nein okay wenn das nicht sein kann dann einfach spannen digger dann hat man das ich denke er macht nichts bruder wenn ich am ausgang bin wie soll ich da noch ein kill oder bin ich bin ich bin ich bin ich meine arme da so weit ausreichend um ihn zu verteidigen du standest in mir kurz drin ich lauf raus und dann killt er dich bruder oder nein ich bin in der mitte du tust als würdest du aufgaben machen ich gucke dich an dass du checks zehn sekunden lang dass du checkt was passiert oder immer ja du weißt doch wie schlecht ich bin und erwarte doch von mir kann sie machen ja wir sind schon raus ich bin ich will einfach mich und mehr draus bitte rei scheiß drauf ich bin drin ich bin bei dem matze ok du machst kein kill gar nichts ich lauf gerade raus und dann killst du den wo ich schon weg bin warte ist gerade richtung matze dann denke ich mir bevor wenn ihr jetzt abholt nehme ich ihn du machst du sagst einfach salamu alaikum ach du scheiße ach du scheiße backflip hat es geklappt hat es geklappt dass ich das licht angemacht habe was passiert hier jungs jungs also will derjenige reden darf ich raten du bist mit mert hochgelaufen auf jeden fall ich bin mit mert hochgelaufen ich gerichte ich habe etwas geschaut was rechts abgeht zwei oder tue ich gehe weapons geh runter denn die kommt mir entgegen oder die leiche denn die leute mir entgegen ich bin links dabei ich bin oben ich möchte ich möchte einmal meine griffe hebe schere das war so ein timing ich glaube ich verkaufen denn die verkaufen bitte für mich da darf ich reden meine post damit ja darfst du ich sag mal so ich sag mal so ist er auch übergewicht das war das war als du was gesehen warum sagt mir mein gefühl dass du es bist ich mache so ich mache so und mal fantasie gehören wir haben ein bisschen ich probiere noch nebenbei was zu machen das ich ihn verkaufen aber es liebe ich bin das erste mal ein 15 und imposter der kill war glaube ich nicht schlecht das war wirklich teilen oder ich glaube der kill und die idee war gut mach was mach was der spiel für dich mit ok mach ihn weg doch mach ihn weg ja wichtig bruder wichtig 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 ich habe das hier für dich ich habe das hier für dich ich kann hier wieder auf cooler machen hoffentlich sehr stark fuck fuck oh wichtig ok ok ah maybe ich weiß das einzige was wir ein vent machen hätte können aber ich weiß nicht wie lang die leiche ist wäre matt gewesen weil ich gesehen habe wie matze reingelaufen ist in matt bay und wieder raus und du auch rausgelaufen bist aber ich nicht weiß ob du schon im vorhinein rein war drinnen warst hast du eldos gesehen deswegen gebe ich nicht 100 prozent auf insass das ist der einzigste aber hast du mich gerade rechts gesehen ja deswegen sage ich ja ich weiß nicht wie frisch der kill ist ob er schon länger liegt das kann fantasie sein aber das kann jetzt sein muss willi immer rausfallen eigentlich geht man doch immer rein der kann doch gar nicht so lange sein oder schöner call schöner call überlegt doch mal das ist der einzige call den ich gehen kann es wäre einer von euch bei ihnen gewesen ihr seid beide rein und raus ob wie wann die leiche ist kann man nicht sagen ich bin drinnen geblieben Dings muss weg ich hab da drücken ich hab da drücken ja schön rede 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 was macht er da ist willi obwohl maybe sneaky kill bruder schade digger hätte er machen sollen hä wo sind die anderen er muss einen ficken er muss einen ficken nicht hier am besten äh etwas wegmachen maybe ok er fixt ah sauber task maybe keine task ist ein lichtblick aber schwer ja er muss erst mal weg machen ficken die ab dem bruder nein ok ok oh mein gott ich mach die Tür zu 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 also also storage nach links electrical kommt die Mert entgegen low engine sind die Türen zu ich bin nicht electrical bro vor low engine liegt die Leiche und Mert kam mir entgegen ich bin weapons weapons bist du grad gerade? ja da bin ich grad lang gelaufen nur fünf Sekunden wie bist denn du dahin? ich bin oben oben mach ich meinen download bei weapons vorbei million eine million also go 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 wir können enttaken weil wir haben task force fertig ja ich glaub der win ist sowieso drin jungs und kein zelt auf der bank verdammt ich bin immer noch blank ey mit deinem posten ab wie schlecht bist du wieder? was ist denn mit deinem posten ab die konzentrieren sich zu sehr die ganze zeit die selben leute am anfang zu killen und machen richtig schlechte kids das war so ein timing dein kill war gut das war wirklich einfach timing bruder hast du da gerade hochkommst das war so unlucky oh god oh god hundeprozentiello rausnehmen. Ich kann Mert auch gut helfen eigentlich. Mert ist auf jeden Fall mit nach unten gelaufen, Admin. Ich war auch. Mit wem war ich Admin, ja? Hamid, glaube ich. Nee. Nein, oder ich war auch Admin. Eigentlich können wir auch so tun, Jungs. Lass mal reden. Ich war Admin, ich war unten. Ich will kurz was sagen. Es ist der Willi Classic, Lights auszumachen, direkt am Anfang einzukillen. Das macht er immer. Willi, wo war die Lights jetzt? Also, ich bin nach rechts gelaufen, Weapons, hab 20 Dinger geschossen, Lichel gehen aus. Also, der ist gigafrisch. Also, ich nehm Willi raus, ja, das geht nicht. Wo ist er? Er ist Matt Bay. Also, ich hab ihn gesehen, wie er schon eine Aufgabe ist. Wo bist du? Ich bin auch Matt Bay reingegangen. Ja, wer fehlt denn dann? Also, wenn er könnte ich nicht gewesen sein, Also, ich bin alleine links. Also, da war safe niemand anders. Dann maybe safe? Das ist ein schlechter safe, nein, ne? Also, Danny, ich und Hamid können sie nicht safeen. Danny, ich und Hamid. Ja, aber ich weiß ja auch zu 100% Ja, und Willi und Moos safeen sich. Willi und Moos safeen sich. Ja, die safeen sich, ja. Ich kann so nichts helfen. Ich bin ja später als Willi gekommen. Ja, ich war schon in Matt Bay drin. Also, ich bin für den Kick komplett raus. Ich könnte jetzt nur verdächtigen. Aber warum safety mode, ne? Ja, weil ich nicht schon in Matt Bay drin war. Er war ja schon in Matt Bay drin, ich könnte es gewesen sein. Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo kommt der Mutter her? Von rechts? Von der Karriere? Ich bin gespawnt, bin zu Matt Bay gelaufen. Ja, aber das macht keinen Sinn. Wissen Sie, warum? Weil ich direkt zu Matt Bay gelaufen bin. Das heißt, er hätte mit mir aufs Tempo sein können. Deswegen Moe sehr sass. Moe, was war's? Feuer ab. Nein, feuerlich habe ich bis mit. Also, wenn Willi im Hesse drin gewesen ist, er hat ja 15 Sekunden Kildan, das geht nicht auf. Ja, ich bin's nicht scheiße. Ihr habt ein wenig. Ich habe abgefeuert, ne? Ich wollte erst sagen, dass ich nicht überhaupt gefeuert habe. Boop, 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 gechokt, boop. Eins, zwei, drei, fünf, eins, sieben, acht, neun, zehn, putz. Ich mach' ein Spicy Blade Chat. Was ist denn der Lottie? Ist der hier noch? Ah, ihr ist von den Camps, Digga. Oh, das kroch, Bruder. Boop, Bruder, wo ist denn Willi und Dings, Digga? Okay. Machen Spicy Blade Chat. Oh, shit. Oh, shit. Was wolltest du machen, Ailey? Was? Was? Wolltest du gerade auf den Notfallknopf drücken? Nein. Was willst du? Okay. Ich habe gesehen, wie Edis aus dem Venton Mad Bay gekommen ist. Okay. Gut. Du bist mute, Edis, Verteidigung. Es gibt keine Verteidigung. Edis ist aus Mad Bay reingesendet. Ich würde aber gerne zuhören. Mads müsste entweder Elektrike liegen oder Security. Die sind zusammen runtergelaufen. Bruder, da ist die Scheiß doch drauf. Warte, warte, ganz gut. Also, nein, nein, warte, warte. Ich bin Mad Bay, ich bin Mad Bay, ich mache dieses Security-Ding. Du bist aus dem Venton gekommen. Ja, genau, du siehst, dass du rauskommst, läufst Richtung Cafeteria, du warst schneller wie ich. Ach, ich bin rausgekommen aus dem Venton. Ja, und dann hast du dieses Scheiß-Buzzer-Ding gedrückt. Ich habe dich gesehen, tu jetzt nicht so. Also, du sagst, es ist Mert? Was ist die Lache? Mert ist gerade raus, ich war die ganze Zeit mute, sorry. Du hast ja zwei gegen eins. Sorry, warte, ich bin gerade die ganze Zeit mute, ich habe die ganze Zeit geschrien. Das ist der Klassiker, Leute. Nein, 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 ich bin gerade raus, ich war dieses Security-Scan-Ding, wie heißt das, ja? Und dann läuft Mert da, sie höre ich dieses Venton, lass mich hoch, Edis rauskriegen. Er hat gesehen, warte, 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 lass mich reden, Mann. Er hat gesehen, dass ich ihn gesehen habe, ist rausgelaufen und hat dieses Buzzer-Ding gedrückt. Wotet mich raus, aber danach, bitte. Und dann über Upper Engine, Matze und er sind runtergelaufen über Lower Engine, ich war die ganze Zeit an den Camps, Edis ist aus Mert Bay rausgekommen, ohne in Mert Bay reinzugehen. Aber Jungs, Mo kann richtig gewesen sein, ne, es passieren hier keine Kids. Wenn Mo richtig war, dann haben wir jetzt gewonnen. Wenn ich da sage, sieben, ich vote ein Bruder. Die Jungs, ihr habt gewonnen. 100% Call. Keine, ich steige für die drei Liebe. Ja, scheiße, oder? Ich hatte nicht eine Möglichkeit, Jello oder Willi zu kehren, nicht eine Möglichkeit. Ja, Mo auf Halt. Ich weiß, was kommt. Und das macht dich wieder schlecht, Digga. Nein, nein, hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu. Ich traue mich jetzt nicht, ich traue mich jetzt nicht auszusprechen, daz. Sag es nicht, Eli. Rede, rede. Eli, Eli, sofort die Fickflas noch. Rede, rede, mein Gotti, du hast heute gute Calls gemacht, rede. Eli, Eli, wir sind ja als Polizisten, du, wir sind ja auf Streife. Ob ich hier ein bisschen Würste reinzubringen, ne? Nein, du es nicht. Nein, du es nicht. Danke schön, danke. Ich glaube auch, dass Willi richtig war und Mo falsch. Also Mo war falsch. Nein, also du bist es nicht, du bist es nicht, glaube ich. Ihr müsst euch überlegen, ich laufe dir die ganze Zeit mit Zähne rum, die ganze Zeit. Ja, und ich habe mir immer, ich habe mir, ich habe mit meinem Gehör in meinem Kopf immer gesagt, ey, wir sind so ein gutes Paar und ey, wie schön ist es hier mit dir und hast du nicht gesehen. Aber da kam die berühmt-berüchtigte Task in Reactor. Wo du entweder echt schnell warst, dieses Düt-Düt, ich habe halt keinen Fehler gemacht. Das ist für die Berühstürs-Debutten? Nein, um ein bisschen Würze reinzubringen, ich sage ja, die Würze. Wir müssen halt voten, das ist so geistkrank, Eli. Ich glaube, dass es sane ist, Jungs, weil es passieren keine Gehörs und Mo war falsch. Wirklich. Es ist der Multimillionär, er ist der Multimillionär. Und verträge ihn mit meiner Seele. Es ist eigentlich scheißegal, weil eh das war safe. Es ist ja egal, hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu. Irgendwas in mir sagt mir, dass er es ist. Ich kann es nicht, ich glaube es. Ich glaube, ihr hört mir zu. Ihr könnt auf mich abfeuern. Es ist der Wirt-Call des Jahrtausends, Eli. Ich verteidige dich nie wieder als Politiker. Okay, jetzt ist der Wirt-Problem. Ey, warte mal, das ist unfair. Das ist unfair. Komm, wir sitzen wieder raus. Ja, mach Willi, mach Willi, mach Willi. Oh, ist gut, guter Call, guter Call, guter Call. Wichtig. Boah. Stark, Merth, stark, Merth. Merth, stark. Merth, stark. Merth, stark, Merth, Löwe. Schlaublemm, Schlaublemm. Merth, dieser Bastard, Digga, kann ich nicht ab, Digga. Geist, das krank, Digga. Ah, das Ding ist durch, Chat. Ah, das Ding ist durch. Ah, das Ding ist durch, Chat. Ah, am besten Vorzeiten abschlachten. Merth. Ich muss mehr wegmachen, Digga. Du kleiner Piech. Du kleiner Piech. Ich schwöre, ich wusste es, weil Kamera aus war. Bastard, Alter. Ich muss was machen, Shit. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Was tue ich hier? Fick Vater Komm her Ich bin ein Löwe Was hast du gemacht? Ich bin ein Löwe Ich bin ein Löwe Bruder Alles auseinander genommen Liebe Bro Fünf subs wichtig Dreibein Poster hat nicht einmal gewonnen Der Kalkop Der Stahl denn ich muss Oh mein Gott Hab ich euch abgefeuert Das kann nicht passieren Bruder Die Spice Gold Das ist ein Peach geworden Bruder Ey Eli war gefühlt Die ganze Runde Gerade in Atmen drinnen Wie schon hat er mich danach Gekillt Bruder Camps und über Mad Bay Hat er drei oder zwei Kits gemacht? Fack 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 Fack